Die Rebel Cruiser Link muss becaptured. The secret about the Emperor's trap at Endor must be kept. After the Rebel Cruiser has been disabled, Assault Transport Omega-1 will board and capture it. Three TIE Advanced from Alpha Group will provide Starfighter cover for the operation. Also mit anderen Worten, hin, hol das Ding und platt machen. Lord Vader needs to know why the Link has stopped here. Is the Link resupplying or possibly dropping off the newly acquired information? With such crucial intelligence the most logical course of action would have been to get back to Rebel Command immediately. They may be aware that Garrett is close behind and want to eliminate anyone following them before leading imperial forces to their headquarters. The Emperor expresses great confidence in the success of his master plan. The Emperor has yet to be wrong in his predictions. Keep your eyes open and use your initiative. Opportunity does not wait. Yeah... Kluge Sprüche... Das kennen wir ja... Nehme ich den Torpedo mit? Ja, ach komm. Damit komme ich schneller durch die Schilde. Und ich habe dann noch 40 Raketen für angreifende Schiffe. Das sollte machbar sein. Tau-2 zu Tau-1. Es gibt Z-95-Headhunters gerade hinter uns. Mach sie doch weg! Lass mal gucken. Garett zu Tau-1. Wir gehen nach dem Missileboot. Wir werden zurück, nachdem du den Rebel-Cruiser getroffen hast. Der Interdictor B-Ware wird hier schnell zu helfen. Interdictor, ja das ist doch super. Das heißt, ich habe Zeit ohne Ende. Die nutzen wir dann doch mal. Using your target for attack. Request for reinforcements acknowledged. Wo ist er denn da? Wo? Wo? Interdictor B-Ware ist gekommen, um den Link zu halten. Gut. Transport Sigma-1 zu Tau-1. Hier, um dich zu erzeugen, wenn du bereit bist. Na, was fliege ich mir denn heute hier zusammen? So. Gibt's ja nicht. So, das Ding ist zerstört. Garrett muss überleben. Omega muss überlegen. Und der Kalamari muss gecaptured werden. Das ist die B-Ware. Was war das eben? Star Chaser. Das ist Alpha-2. Target destroyed. Was soll denn das? Gibt's ja nicht. So. Na komm schon. Muss doch gleich. Alles runter haben hier, oder? Das müsste jetzt auch so langsam passen. So. Das sollte dann genügen. Tau-2 zu Tau-1. Ich habe Computerprobleme. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Feierrund. Dann tue es doch auch. So. Da ist noch einer. Weg. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und. Na, wick's auch. So. So. Der ist aber weit weg. Ach was, 1,5 km. Könntet ihr jetzt mal... Ja bitte. Geht doch. So, disabled ist die Kiste auch, umso besser. Das ist eine Rebellen-Korvette. Tatsächlich. Machen wir es doch kurz platt. Ja, wie sieht's aus? Reicht das? Wir werden das Geheimnis um Endor wahren. Tja, dann... Da ist Omega-1. Dann mal ran. Hm. Was sind das für Transporte? Hm. Scannen wir den erst mal. Wo ist denn hier los? Ah nun... Keine Cargo. Na dann. Target destroyed. Was sollte das jetzt? Hm. So, Omega klebt noch... Keine Cargo. So, damit haben wir... ... Stimmt. Da brauche ich... Bei den Y-Wings brauch ich Dual Fire. So, der Transporter muss jetzt wahrscheinlich nochmal wieder zurück zur Garage. Ja gut, okay, das kriegen wir hin. Das sehe ich jetzt erstmal als nicht so problematisch an. Omega 2. 3. Wo kommen die denn alle her? So, und die Omega. Warum sagst du mir das schon wieder? Weil, ähm... Okay, jetzt kommen wir hier mit einer ganzen Flotte. Hier at Endor, all preparations are ready for the rebel attack. Soon, they will realize the full futility of resisting my will. Grand Admiral Thrawn, you must bring your hunt for the renegade Tsaren to its final conclusion. Do not fail me now. Yes, Emperor Palpatine, I have studied Tsaren's ways closely. He will not resist the bait that I have laid out for him. Soon he too will meet his end. Excellent. Once Zaren and the rebels are destroyed, our victory will be complete. Na ja dann, wenn dem so ist. Äh, eins von zwei Bundesländer, keine Sekundärzähler, diesen Container hätten wir halt eben noch. The Gareth's forces captured the Kalamari cruiser, Link. The missile boat escaped, but our forces accomplished the primary objective, capturing the commander of the Link. Its commander has confessed to Lord Vader that he alone knew the truth about the Emperor's plan. All rebel knowledge of the trap waiting for them at Endor has been suppressed. This operation was essential to achieving victory at Endor. Lord Vader is very impressed with your accomplishments. The rebel cruiser has been sent back to imperial intelligence, so concealed data may be extracted from its computers. Imperial ship engineers will enjoy a closer look at an enemy capital ship such as the Link. Additionally, our forces were able to follow the missile boat to its new location. Now that the Gareth has new supplies on board, it is time to retrieve or destroy that missile boat.